Habt ihr euch auch schon immer gefragt, wozu Reiswaffeln eigentlich gut sind? Wir verraten euch den Trick, den die Reislobby euch verheimlicht. So trickst ihr die Reisindustrie aus. Ihr braucht ein paar herkömmliche Reiswaffeln und etwas Wasser. Kurz aufkochen, et voilà! Instant Reis. Anfangs war ich natürlich skeptisch. Ich meine, Reis aus einer Reiswaffel? Darauf wäre ich nie gekommen. Doch dann habe ich diesen Trick einfach ausprobiert und es hat wirklich funktioniert. Es war verblüffend. Doch, ja. Ich würde sagen, das hat meine Lebensqualität schon gesteigert. Klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.